Ja, dann würde ich jetzt ganz ehrlich mir einen gescheiten Bogen enchanten, aber ja. Na, ich habe jetzt selber für einen schlechten Bogen auch ein paar Level verballert, also ich denke fürs enchanten. Also fürs enchanten würde ich vielleicht vorschlagen, dass man da vielleicht nicht extra Crater für anstellt, halt nur wenn man was bauen möchte, dann würde ich das empfehlen. Wenn man irgendwas Großes bauen möchte, dann vielleicht. Ja, ja, Lux Direktor. Wunderschön. Ja, hallo? Passt genau in die Gegend hier. Das ist ein richtiges Meisterwerk. Oh, eine Spinne hinter dir, Pixel. Ja, ja. Das ist gerade gesprungen wie... Ach Gott. Was war das? Das bin ich. Ach, das ist Oh, Meister. Moment, den kriege ich. Na, ja. Kommt, mach, mach. Ja, Moment. Wow, da kommt voll die Zombie-Pigmen an. Okay. Toll. Welche Seite? Ich meine, da wo ich gerade oben stehe, da wo ich hier gerade baue. Schulzi rennt, glaube ich, hin, ja. Naturseite, glaube ich. Genau, da wo Schulzi gerade hinrennt. Ah, ne, das. Ne, machen Schadenstränke den Schaden? Ne, das müssen Heiltränke sein, oder? Ne, die machen den Schaden, okay. Ja, da, ja, ja. Ja. Ja, stimmt. Ich meine, der Name... Boah, ich brauche schon wieder gleich Zeit in den Schaden. Es gibt ja... Es gibt ja Mobklassen, denen macht es nicht schein. Die stecken jetzt gerade echt alle in den Spinnweben drin. Die muss man jetzt allein drin abschießen, sonst kommen die dann noch durch. Und machen noch die Mauer kaputt. Okay, einer ist oben auf der Mauer, Leute. Oh, oh. Wo, wo, wo? Einer, der drin ist, ähm... Look, LPs gehen wir gerade... Ja, ja, ja. Da, wo ich gerade stehe. Das ist... Mach die einfach mal alle in den Spinnweben kaputt, weil da sind echt viele in den Spinnweben. Oh, und von hinten, von der Hinterseite, also nicht von der Seite mit den Türen, sondern auf genau der anderen Seite. Da kommen gerade richtig viele, da brauche ich Trinkthilfe. Komm mal. Wow. Ach du Schamme, ey. Da schaffen wir mich alleine. Boah, ich seh's. So, die sind jetzt alle tot. Ich komm auch mal. Wow. Wo sind denn da welche in den Spinnweben? Ich seh keine. Ach du heilige. Ich bin hier gerade mit, ich glaube, fünf beschäftigt. Oh, wer hat dich jetzt noch geschoben? Äh, das war ich auszusehen. Du bist mir, glaube ich, in meinen Schlag reingesprungen. Warum ist jetzt Gamebot 1? Ähm, Schulzing. Jetzt komm ich nicht mehr raus. Ach so. Er ist in die Grube mit den ganzen Spinnennetzen gefallen, die wir gebaut haben. Gesprengt haben, ey, so. Ne, ich hab ihn da eigentlich reingehauen, auszusehen. Ja, ich bin so in sein Schwert gelaufen. Bei den Bomben von vorhin, da steht grad ein... Oh, Scheiße, es sind welche drin. Okay. Ich komm mal in die Mitte, ne? Ich komm mal in die Mitte, ne? Ja, ich komm mal in die Mitte. Aber wir müssen eigentlich mal die Lücke finden. Irgendwo muss eine Lücke in der Wand sein und die müssen halt stopfen, irgendwie. Das ist relativ schnell. Warte mal, ich geh mal mit dem Pirates. Warum bitte? Ich bin auf direktem Weg in die Mitte. Wie? Okay. Ja, hier ist die Lücke. Irgendwo. Das brauchst du. Das brauchst du. Okay, ich bin gleich auch in der Mitte. Moment. Jetzt kommen alle von der Südseite. Viele. Also nicht alle, aber viele. So, braucht jemand Hilfe hier in der Mitte? Ne, ne? Ne, jetzt tatsächlich so schnell die ich hab. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon so schnell runterkomme. Ja. Okay. Jo, da kommen ein paar. Schön ist das. So, oh ja, da hinten kommen aber wirklich viele von Süden. Ja. Ich glaub, ich brauch mal echt da oben diese Türme aus. Das ist recht praktisch. Da kann man nämlich die Schadenstränke werfen. Und auch TNT runterfällen lassen. Das hat nicht zufällig einer Flint und Steel oder Flint? Und? Eisen? Hab ich nicht? Ne. Ja, mir. Aber vielleicht was in der Kiste, weiß ich nicht. Ne. Aber ne, hab ich nicht. Könnte mir jemand helfen auf der Südseite? Ich komm sofort. Ich geh mal mit Baustoffeln. Okay. Oh, nein, verdammt. Verdammt. Tut mir leid. Das war ich. Ich hab dich in Flammen gesteckt. Ich komm lieber mal runter. Ich bin, glaub ich, nicht hier oben so der gemachte Scharfschütze für sowas. Ich glaub, Scharfschützen sind bei so einer Menge auch nicht angemacht. Ich kann mich lieber mit Schwertern. Ich glaub auch nicht. Dann komm ich eher mal wieder raus. Moment. Oh, wie ich einfach instant immer ein halbes Herz verliere. Das ist hart. Boah, ja. Endlich was für dich. Ja. Da war ja nicht noch irgendwo Redstone. Wichtigstens Redstone. Oh, da ist ein. Leg mich im Arsch, Bobade. So. Nein. Hat irgendeiner von euch Redstone im Winter? Ich kann so spüren, ich hätte hier welches gehabt. Boah! Da hat die Spinne. Okay, ich komm mal raus. Oh ja, die Spinne. Oh, das ist ein Creeper. Puh. Perfekt. Der Creeper tut dir die Spinne. Perfekt. Lukas Redstone im Winter. Nein. Scheiße. Oh, aus Süden kommen hier welche. Boah. Immer noch die gleichen von vorhin. Nein. Boah. Wow. Puh. Momentan muss ich sagen, die Baumeister sind noch relativ nett. Normalerweise würden die schon lange in der Brücke oder irgendwas in der Art bauen, aber haben wir noch eine richtige Brücke? Ja, eine richtige Brücke. Naja. Okay. Eher so ein Fahrrad. Fass. Aus Holz. Die soll danach nicht gut aussehen oder so, aber die bauen halt einen Weg rüber. Bauen die den auch hoch oder einfach nur gerade? Hoch und gerade. Beides. Genau. Ich glaub, die versuchen das ständig. Die bauen sich mit Leitern Türme und dann, wenn sie hoch sind, eine Brücke in die Burg rein. Genau. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das wird noch richtig extrem. Glaub ich, jetzt soll ich meine Axt leider drin liegen lassen. Oh, 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 Nordseite. Ich seh's. Komme. Die ganzen Dinger von der, die gehen jetzt nicht durch die Lava. Ich glaub langsam mit jeder eine Seite wird langsam nicht mehr klappen. Nee. Nee. Ich lauf hier schon im Kreis. Damit ich überall bin. Jetzt ist aber gleich lustig. Egaleg. Gleich sehr lustig. Oh, nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, das find ich gewonnen. Ist irgendeiner unter mir? Nein? Okay, perfekt. Oh, Baumeister. Wie viele? Fünf Baumeister. Ähm, Pickzombie durch die Lava. Fünf Baumeister sind hier hinten. Oh. Ähm, im Nord-Osten. Norden ist die mit dem riesigen Lava und Westen ist die mit der Eisentür. Nein. Ich hab keine Chance. Oh Gott, ich muss jetzt runter. Oh, und hier aus der Richtung von den... Oh, lol, 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 lol. Auf in den Kampf. Go. Auf in den Kampf. Warte, die haben sogar Rüstung. Ja. WTF? What the fuck. Allauf. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Multi-Kill. Verdammt. Was ist hier los? Nein, ich bin gleich tot. Wow, noch ein Herz. Pass mal bitte mit den Schanzsenken oft nicht, dass ihr uns trefft. Ich muss hier weg. Ja, okay. Ich hab euch leider schon selber gedrückt. Wow. Ja, meine Rüstung ist auch gleich im Arsch. Ich brauch ne neue. Und irgendwo bombardiert uns einer. Lol, wie viel hier bloß? Irgendwo. Oh, da hier hinten noch einer. Okay, jetzt wär die TNT-Kanone ganz praktisch. Ähm. Ich denke auch. Kev, wo bist du? Ja, was? Er wollte bestimmt gerade sagen. Oh, oh, oh. Entschuldigt. Ich hab die eben richtig bombardiert. Naja, egal. Pech. Lol, da ist noch ein Dispenser freigeworfen. Äh, nö. Alter, es sind auch grad ganz viele Leute. Großes Problem. Leute, in der Mitte. Alle in die Mitte. Und im Chat steht gerade noch mehr. Ja, also es werden wieder noch mehr. Big Problem. Big Problem. Mitte ist im Arsch. Was? Die Mitte ist im Arsch. Die ist grad sowas... Na, okay, ich hab's gelöst, aber... Woll. Die Mitte ist, ähm, grad ziemlich weit gesunken, diese Gravel-Sand-Konstruktion. Und die kommen immer mehr, die kommen von überall. Oh, zum Glück haben wir die überhaupt. Ne, okay, ich glaub, ich bleib jetzt echt in die Mitte. Also ich werd jetzt nicht mehr rauskommen. Oh, hier in der Mitte sind ja welche ein Skelett. Wo kommt das? Ja, das spawnt vielleicht einfach nochmal, aber ich verlasse die Mitte jetzt erstmal nicht. Die bräuchten Zäunern, die man Zäunern hat. Boah. Pixel, guck mal. Ich weiß, ich... Ich... Ich hol dich auf, da guck dir das mal an, man. Das Skelett ärgert die Golems, die da eingesperrt sind. Jetzt... Jetzt... Jetzt hatte ich schon noch zur Folge. Ich glaub auch. Richtig, cool. Oh geil. Na ja, gut, weiter. Habt ihr noch jemand Hilfe? Feuer-Resistance-Tränke? Äh, in meiner Kiste. Ich kann dir gleich welche geben. Ach doch, hier irgendwo sind... Ach, Geschwindigkeit hab ich auch. Schulzi... Luke... Ich bin mal kurz AFK. Und andere Zombies außenrum sind. So, da bin ich wieder. Wir machen auch eigentlich gar nichts. Also, der macht mir der Bombarde auch nicht Schaden. Ich weiß nicht, ob er mich nicht richtig trifft oder so. Kann sein, das für Zweck ist? Oh ja. Schreibt's gerade. Deshalb... Kommt... Ja, er ist weg. Ist zwar niemand... Egal. Was? Ach so, ja. Wie lang ist der denn schon weg? Er hat's um... Seit... Fast nach... Seit 20 Minuten. Man ist so im Spielen drin, ne? Ja. Also schon ziemlich lange. Über einen Platz. Ja, eine Welle zur anderen und dann... Ja. Kommt so was. Hat er irgendwelche Internetprobleme oder was? Äh, ja. Hat er geschrieben. Der macht... Okay. Bestimmt wegen Skype. Nur wegen Skype. Klar. Die Zombies gehen immer durch die Lave und bauen dann da so ein winzig kleines Loch ein. Da kann man eigentlich auch mal so nebenbei eure Abonnenten oder auch meine Fragen ähm... Lol, lol, lol. Ja, jetzt sehe ich wieder gerade so... Was findet ihr besser bei solchen Gesprächen? Skype oder TeamSpeak? Also viele meinen ja, TeamSpeak ist da besser, weil das ähm... Hier irgendwie das Rauschen nicht zusammen addiert oder so. Und die andere haben... Ohhhh. Wie steht ihr denn dazu? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Hier nicht. Jetzt sehe ich, wie die hier diese doofen Pfannen... Lol! Über der Tür. Kommt schnell zur Eisentür. Es sind fünf Bomben. Ich weiß. Ach du Scheiße. Ich habe hier vier Bombarden auf einem Haufen. Ich... Beseitige jetzt das Problem. Adios, schöne Welt. Wow. Nein. Sollte ich nicht machen. Der macht jetzt Finale mit Clunch. Okay, also ich glaube, die Tür, die kann man vergessen. Das müssen wir gleich zumachen und uns einen anderen Weg finden. Äh, lol. Da ist der Pick-Kombi auf der Mauer. Auf der Mauer. Oh, oh, oh. Oben. Oh Gott. Ich verliere gerade mega viel. Ich komme vorbei. Moment. Hä? Scheiße, 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 scheiße. Scheiße. Ähm. Ich bleib, ich bleib jetzt wirklich drin. Ich sollte nicht mehr rausgehen. So. Ähm. Ich glaube, die Tür kann man wirklich vergessen. Ja, die kann man vergessen. Aber wie wollen wir denn da immer rein? Fuck, fuck. Ist das so. Wir müssen ja einfach immer einen schnellen Weg reinfinden. Ja, wir werden schon eine Lösung finden. Aber momentan... Oh, hier bot sich gerade einer beim Gang mit der Tür rein. Von der Seite. Ja, ja, ja. Ähm. Hier sind auch schon welche drin. Ja, ja. Die muss ich gerade mal schön hier beseitigen. Ja, ich bin auch da. Oh, du brennst. Ja, ich weiß. Warte, ich heile dich. Ich habe einen Trank. Ich bin geheilt. Achso, okay. Keine Angst. Gut. Äh. Phew. Ich meine, wenn man schon die Tränke hat, dann kann man die auch nehmen. Ähm. Ja. Hallo. Aber die Zombies verbrennen wirklich alle in der Lava, oder? Die... Nein. Die Pigments nicht. Nicht alle. Also welche Zombies denn nicht? Lol. Ich glaube, die sind aus der Hölle. Die aus der Hölle verbrennen in der Lava nicht. Hä? Da backt einer in der Wand fest. Ja. Sonst verbrennen alle in der Lava, weil dann ist es nämlich wichtig, welche man halt dann als erstes tötet. Naja, die Baumeister, die werden später sich da hochbauen. Ja. Okay. Ich hatte auch. Genau. So, weil 38 einfach die übelsten sind. Oh, ich hatte einen Pig-Zarm in die ganzen Türen zerschlagen fast. Passt an. Irgendeiner meine ganzen, ähm, Fire-Resistance-Tränke geklaut. Ne, ich hab mir 16 genommen. Oh! 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 Ich hab gerade einen. Weil ich hatte da stacksweise in der Kiste und die sind alle weg. Ich glaub aus Richtung... Ich hab einen Fire-Resistance-Trank. Ich glaub aus Richtung Westen kommen grad relativ viele, oder? Also echt jetzt niemand. Ich weiß nicht genau welche Richtung das ist. Westen ist Eisentür-Seite. Und... Toll. Nein, die mein ich nicht. Die... Die links daneben. Wenn er von der Eisentür nach links geht. Die Seite. Das ist die Südseite. Das ist die Südseite. Ah, dann Süd. Okay. Langsam werd ich schlauer. Boom! Verdammt! Verdammt! Ich häng hier mit dem... Nein! Kann sein, ich weiß. Meine Rüstung geht kaputt. Verdammt! Meine Level... In meiner Kiste ist noch ein halb angebissen, ne? Weil ich bin gestorben. Ja, ein paar Rüstungsteile bei mir. Kein interessiert's. Ich bin gestorben. Verdammt! Was? Theoretisch wären Enderperlen eigentlich auch gar nicht so schlecht. Schnell zu kommen, ey. Erfolgungspunkte snacken. Nein! So. Jetzt geht's ja in Engheit doch. Ich würde dann... Oh! Da kommen jetzt aber richtig viele. So. Ja, toll. Und ich wollte eben noch ein krankes Schadenswerfer und toll. Bringt überhaupt nichts. Da hab ich mich selber gegeben. Hoch, Tendi. Geh hoch, geh hoch, geh hoch. Lass mich... Nein! Oh, das gibt es nicht. Ein Meter oder so vor meinen Sachen. Gestorben. Schon wieder. Und wieder durch den Gleichen. Wow, ich kacke ab, ich kacke ab. Ich kacke ab. Warte, ich geb dir... Ah, hast du... Hast du Gold Ernst oder so? Ja, ich bin... Ich hab schon einen reingeschmissen. Ich könnte dir auch Tränke geben. Was kannst du? Tränke. Gesundheitstränke. Healing. Bitte, hinter dir. Sauber, danke. Äh, kannst du mir mal irgendwie ein paar geben? Ja, natürlich. Hier hinschmeißen. Toll. Danke, 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 danke. Wieso kann ich die nicht aufsuchen? Weil du voll bist. Ich hab alle meine Sachen. Die sind alle einzeln. Oh Gott. Echt? Ja. Oh, die kann man... Ja, nur wenn man sich nicht gecheatet hat, also... Oh. Bei mir kann... Ich kann sie mir jetzt cheat, hab ich mir noch paar gecheatet, da kann man die dann in Stack cheat. Oh. Boah, nein, Hilfe, 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 helfe, 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 ja. Acht. Scheiße, ich hab keine Rüstung. Ach du Scheiße. Das ist jetzt grad nicht weg, oder? Ich brauch schnell ne Rüstung. Helm auf, wo ist der Helm? Nein, mein Helm ist weg. So, Pfeil und Bogen in die Hand und dann auf den Kampf. Oh shit. Ähm, lass die mal ein bisschen weiter nach vorne kommen. Die Helm wird genau weg. Achtung, Achtung, Achtung. Ich kümmere mich um die Baumeister, aber verdammt. Dann sterbt der Dreck rein. Das macht Spaß. Ähm. Nimm doch die Tränke des Schadens, die helfen...